meine aufnahme ist an jo leute und damit willkommen zurück zu dunkel concrete 2 debis conquest mit dem flash mit centus wegen dem ich jetzt schneiden muss ich muss jetzt schneiden wegen die le... wow irgendwas ist um diese uhrzeit also wir sollten um diese uhrzeit auf jeden fall nicht aufnehmen ich glaube letztes war mir früher aufgenommen jetzt war mir glaube ich mittags aufgenommen ja das ist ja irgendwie noch was offen ja das natürlich auch ich schau mal eben okay das geht bei dem hier nicht ich rufe ich meine naja wollen mein taskmatcher mitten im bild also das meiste ist jetzt die landverbindung von 0,16 prozent die kannst du überhaupt verbraucht ich suche mal gerade mal also wenn es jetzt abstürzt tut es mir jetzt leid aber ich tue jetzt mal die avira nein wenn ich dass das abstürzt jetzt immer die bananen hier ja ich habe jetzt haben sie gerade ein paar programme gesehen wo ich einfach mal geschlossen habe hast du denn an dass sie das sehen können das ist die monitoraufnahme wenn ich gameaufnahme machen wo ich gar nicht anfangen hier oder verpackt ist stopp einfach mal stehen soll ich das ist das nicht bei dieser legge nein bei mir läuft bei mir ist das voll verschwommen bei mir läuft das gerade flüssig oder das liegt weil ich hier lampen habe die töte 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 höhde 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 nä ja toll centos jetzt kann ich wieder laden wegen dir Wieso? Weil wenn ich jetzt das Level schaffe... You know? Stimmt ja. Ach ja. Ja, ja, Zentus. Hast ja was zu tun hier. Ah! Wir machen das nicht am Grund, wenn ich jetzt zwei, drei Mal nur sterbe. Nein, spiel das Level auf jeden Fall zu Ende. Einen Scheiß drauf, echt. Dann mach ich die halt nochmal. Passiert halt. Ich gönne dir es, dass du schaffst. Kann ich wenigstens in Ruhe trinken. Meine Zuschauer... ... zum Anfang gehen. Da war ja auch nicht cool dann, ne? Nee, bei irgendeinem, der was geworfen hat. Ist ja egal. Das sind die gemeinsten Fässer. Naja, das geht. Na gut, die Zahlenfässer sind ein bisschen schlimmer. Weil du ja... ... vor allem in die richtige Richtung drücken machst. Ja. Und nicht vergessen. Ach komm, sterb. Summ Sabine, summ Summ Summ. Summ Sabine, summ Summ Summ. Der wirft immer weiter. Nee. Dafür kann ich ja nix. Alles deine Schuld. Nee. Warum das denn? Darum. Nö. Einfach nur darum. Ziemlich trollen. Ich gönne dir das, ja. Ist ja nicht schlimm. Was denn? Das. Ich kann da so ein bisschen nehmen. Bei meinem Handy. Ja, das hab ich ja nicht gesucht. Nicht aber. Ist auch die Wahrheit. Hallo. Na. Na. Hm. 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 Warte mal. Stopp, stopp, stopp. Warte mal. Weißt du, was ich jetzt mache? Speicher jetzt. Wir machen das nicht bei Mario Kaiso. Das darfst du jetzt erstmal schön spielen, in diesem Level. Hast du? Ja, hab ich. Ich bring dich jetzt durch die ganzen Level hier durch. Tipp. Tipp. Irgendwie hab ich keine Sounds mehr. Oh, schlecht. Du musst ganz nah ran an denen, ne? Ja. Merk's. Alles deine Schuld, Mensch. Hä? Ja, ja, Zendus. Du musst, du musst genau timen. Du musst einmal nach vorne und wieder zurück. Das locker Flockage. Ich kann ja vorher speichern, wenn du da bist. Pick dich. Ja? Soll ich das mal machen? Scheiße. Jetzt hab ich dich noch nicht mal getroffen. Ja, genau. Die Lache, die passt. Hm. Hm. Ich sag dir noch das Geräusch, was ich letztes Mal gemacht hab. Ja, das passiert mir jedes Mal irgendwie. Ja. Zum, zum, zum. Zum, zum, zum. Warte, warte, warte. Ich speicher. Äh. Ne, zwei. Okay. Sie dürfen. Sie dürfen anfangen zu failen. Hm. Hallo? Ach, da kommst du. Oh. Wie das ausgesehen hat, ne? Mit dem Leck. Ja, das hat bei mir mich auch irgendwie lebt. Vor allem Leck, dass das jetzt auch gerade war. Ein bisschen länger braucht es zum Laden. Oh, ja. Halleluja. Jetzt geht's wieder. Komisch. Chor. Alter. Chor. Chorche. Chor. 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 Ach nee, wir spielen ja, können wir reingucken. Wow. Warte, stopp. Nein, du, du musst springen. Ich hab gesaved. Warte, stopp. Ah, ich hätt hier safen sollen. Oh. Warte. Immer bei jedem, wo du sicher stehen kannst, immer saven, okay? Naja. Hier vorne ist was nicht ganz so nötig. Moment. Ah, ich war hier einfach im Fass. Drück. Geh einfach bitte, geh einfach in Ziel. Halleluja. Ich hab geschafft. Was für ein verfickter Arkt. Ja, ich mach gerade eben das. Und zack, saven. Jawohl, hab ich gemacht. Aber ich zähle mal gleich viele Pastets mehr durch, weil die, jetzt können wir das ganze halt, bis du die Omi erreicht hast oder bis du den, äh, sag mal schnell, den Helikoptermann erreicht hast. Ich glaub, die nächsten Helikoptermann war noch leichter. Ja, jetzt kommt's jetzt wieder leichter und dann kommen wir erst ein, zwei Schwere durch. Und jetzt fängt's an. Jetzt leck's. Das ist so geil, die Slavie. Du kannst dich einfach nicht bewegen. Jetzt leck's. Ja, das läuft so schwammig durch, ne? Irgendwie ist irgendwas komisch. Ich hab ja auch schon mein Handy ausgeschaltet, dass das kein WLAN frisst. Okay. Ja. Was hast du denn mit dem Geräusch? Das ist der Käfer gewesen. Ach so. Ja. 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 Nochmal. 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 Boah, ich muss die Sounds eigentlich höher stellen für das Level, das mache ich mal eben, finde die Melodie so geil als Maul. Kotze, mach! So. Der Flash, der Flash, der Flash hat einen Schaden, da da da! Ne, der Flash hat keinen Schaden, na man? Doch, jetzt nix. Eben. Ja, das läuft jetzt mal so schwammig durch. Hm. Ja. Leck, leck, leck. Das wusste ich nicht mehr, dass da ne Spinne ist. Wie kommt das, wie kommt die Spinne denn da hin? Unglaublich. Ach, wusstest du nicht, ist klar. Schlecht. Ja. Ja. Ja.